Von... Billy? Ja. Ok, Mats hat ein PC. Der ist nämlich gerade bei mir auch dahinten stehen geblieben. Der wird, denke ich, gleich wieder da sein. Ich mach einfach mal weiter. Was darfst denn? Ich hab das WLAN jetzt aus. Das ist ein bisschen blöd. Weil, dann könnte man nämlich schreiben, wie lange es braucht. Einen Moment, ich mach es mal kurz wieder auf dem Handy. So... Ok, ist aktiviert. Ich leg das Handy mal neben ihm aus. Dann kann ich jetzt weitermachen solange. So... Verdammt. Ich denke, das mit den Zäuden ist wirklich gar nicht mal so schwer. Wir müssen nur ein bisschen... Zielen. Verdammt. Oh Mann Junge, jetzt auf... Ich guck mal kurz, wie weit es nach hinten geht. Soooo... Soooo... Sooo... Weit ist es hier nicht mehr. ich guck mal kurz wie weit es nach hier hinten geht das ist der letzte Jump und den auch so, ne, wird man nicht schaffen sind 1, 2, 3, 4, bei ist ein 4 versprungen theoretisch wäre es möglich theoretisch bestimmt hat Matzes Mutter wieder das Internet abgeschalten oder so ich weiß es nicht, ich weiß es nicht mal überraschen lassen, was er zu sagen hat, wenn er wieder da ist okay oh, fast geschafft noch 1, 2, 3, 4 Sprünge Moment, da schreibt gerade jemand könnte Matze sein ok, erstmal abwarten, also es war Matze ok, ist ja nicht schlimm, wenn wir es nicht schaffen ähm, er hat gesagt, er braucht noch irgendwas mit seinem Bruder, denke ich mal ähm, ich sag mal so, wenn er in 5 Minuten ah, wenn er bei 1 Stunde 40 nicht wieder da ist, dann dann beende ich die Aufnahme spätestens, spätestens, ja, boah soo jetzt wieder hier der Jump das war der nicht so schwerer Moment was spricht da ok, es funzt aber im PC nicht, er macht einen Neustart und ist gleich wieder da zum Handy zum Handy funzt wahrscheinlich der Sprung ist echt krasse Alter ok, vielleicht muss der wirklich mit mit Schwung ich könnte es eigentlich wirklich so mal probieren solange er nicht da ist also es ist möglich ich bin wieder da jo Matze ja, ich hab hier schon gesagt, du hast die Zähre und mit bisschen Internetprobleme ja immer noch nicht scheiße sein ja jure Matze ist sogar möglich da abzukürzen also man muss nicht die ganzen Zäune da nehmen echt? ja und ich habe es gerade geschafft nice warte ich warte ich muss ja nur so einen vierer Sprung machen ok eigentlich weil ich war am ich glaube drei Sprünge haben mir noch gefehlt und ui gehts wo? guck mal hier zu mir wenn du da an der Seite kannst du vorbei springen achso hier praktisch mhm ja warte ich probier das mal dann mach ich warte tut doch nicht dagegen warte ja ok so habe ich es jetzt gemacht ja? ja du Hure mach das original ja ich springe auch noch ein bisschen mit wäre ja blöd wenn ich jetzt schon so quasi getrickst hätte in der tat dann auch nicht einfach das Internet liegt glaube ich nur am Netzstecker ok glaube ich weil da brummt schon immer die ganze Zeit so komisch ok aber gerade eben einen neuen bestellt ok alter mach jetzt sie doch mach jetzt sie doch penetriere ja man nennt mich aber den penetrierer den penetrator penetrator twin nein warte hier sind ein Kind anwesend sorry dün 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 Kinder schaut euch Dragonball an oh ja dann lernt ihr was fürs Leben Wurde hat ich auch gemerkt dass ich älter wäre noch mal zu dem zurück zu kommen ja einfach Harry Potter und Einstein ist schon so lange her alter oder verschiedene Filme ich meine der Simpsons Film war 2007 7 das sind 7 Jahre alter 7 Jahre Junge also das erste mal wo ich gemerkt habe dass ich alt bin ist ähm wenn ich an Final Fantasy 7 zurückdenke das ist 97